Ja, moin moin, heute mit einem Video-Doppelpack an diesem Freitag. Morgen, wir legen los mit alle Neune. Die Bundesliga-Tipps zum dritten Spieltag, die folgen gleich as soon as possible. Alle Neune haben wir heute die Deadline auf 18 Uhr gesetzt. Somit hoffentlich habt ihr eure Picks schon parat. Wir suchen wie immer Dreierquoten. Meine Auswahl an diesem Wochenende ist das X in Wolfsburg gegen Frankfurt. Halte ich für sehr realistisch. Ich glaube, beide Teams wären auch halbwegs mit zufrieden. Die Wolfsburger, ja, müssen auf Paradis verzichten, auf ein paar andere auch. Deswegen, ja, ein Punktgewinn, ein klassisches 1 zu 1, wie es Frankfurt halt gerne spielt. Wäre schon okay für die in diesem Heimspiel. Erst haben sie ja gegen die Bayern knapp verloren. Bei der SG ist es so auswärts, ja, da ist vieles noch verbesserungswürdig. Ich glaube, der 3 zu 1 Sieg gegen die TSG daheim hat schon auf jeden Fall, ja, für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Und nach einer Länderspielpause sind das auch immer so zwei Teams, die sich dann wieder neu finden müssen. Bei den Frankfurtern ist Marmusch zudem auch noch fraglich. Deswegen finde ich hier das X für eine 3-6-5 wirklich eine ganz gute Wahl. Ja, wie hatten wir es denn überhaupt beim letzten Mal? Ja, waren wir auf jeden Fall deutlich besser als zum ersten Versuch. Da hatten wir ja nur zwei Treffer. Beim letzten Mal hatten wir immerhin vier Treffer in Belgien. Eine 3-7er-Quote getroffen. Das X bei Forrest gegen Wolverhampton. Auch für eine 3-6-5. Dann mein Pick war sogar drin. Bei Lille, PSG, Auswärtssieg und beide Treffen für eine 3-5-5. Und das Kammerich-Tor hatten wir auch dabei. Also, das war ein kleines Plus und deutlich besser als der erste Versuch. Und ich hoffe, wir können uns jetzt so steigern. Ja, weitere Hinweise zu den Regularien habe ich mal im angepinnten Kommentar zusammengefasst. Falls ihr Fragen habt, gerne stellen. Ja, falls es Fragezeichen zur Abgabe gibt. Wichtig ist auf jeden Fall nur ein Pick pro Kommentarfeld. Sodass ich halt die Herzchen ordentlich verteilen kann. Also alle 9 beziehungsweise 8, die da hinzukommen. Weil mein Pick ist ja auch immer gesetzt. Und ja, ich treffe dann die Auswahl und bin gespannt, ob wir diesmal vier wieder oder mehr schaffen. Würde mich freuen, wenn einige teilnehmen und uns auch sonst unterstützen. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu Steady. Dort könnt ihr in den Supporters Club beitreten. Gibt es auch zusätzliche Tipps. Und ja, wir freuen uns über jede Unterstützung. Also haut rein. Ja, macht die Kommentarfelder voll. Ich erwarte eine schöne Auswahl. Falls keine 9 bis 18 Uhr zustande kommen, ja, dann werde ich irgendwas auffüllen. Und ja, mal gucken. Also ein weiteres X in der Bundesliga ist sicherlich noch zu finden. Okay, ich wünsche ein schönes Wochenende. Haut rein. Tschö. Bis gleich in den Bundesliga-Tipps. Tschö.